Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute und morgen passieren aufregende Dinge, denn ich fahre in so zwei Stunden nach Amsterdam. Ich wurde nämlich zu einem Event eingeladen, und zwar von Apple. Apple hat mich gefragt, ob ich den einen Besuch abstatten möchte, denn es gibt einen Roboter von Apple, der heißt Stacey, und der recycelt alte Handys, die zum Beispiel durch die Trade-In-Funktion eingeliefert werden. Aber es ist ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, weil ich dann auch vor Leuten vloggen werde. Und das mache ich nie. Also ich vlogge ja nicht mal von meinen Freunden oder so. Nicht mal von meinen Brüdern eigentlich. Ja, und in der nächsten zwei Stunden muss ich noch extrem viel erledigen. Deshalb, let's do it. Let's do this. Mein Zugoutfit und mein, ähm, hier heute Abend noch mit meinem Manager Essen. Naja, auf jeden Fall, diese Hose ist mega, mega nice. Ich hab die jetzt schon tausendmal gezeigt. Die ist von Naked, beziehungsweise hab ich die auf About You bestellt. Und dann diesen Pulli, der ist auch von About You, von Lena Gerke. Léger heißt die Marke. Mal kurz, wie voll das bitte ist. Es ist so voll und so laut. Nach sechseinhalb Stunden bin ich endlich hier. Die Frauen der Rezeption haben mich gerade gefragt, ob ich meinen Reisepass zeigen kann. Ich meinte, es geht auf meinen Pär so. Und manche so, oh ja, aber ich dachte, du wärst Amerikanerin. Ich war so, damn. Aber irgendwie kann ich kein Englisch sprechen mit Leuten, die selber kein, also nicht englischsprachig sind. Okay, ich muss aufs Kuh. Okay. Ach, warum fällt die jetzt um? Ich muss jetzt mal diesen riesen leuchtenden Pegel abdecken. Bleibt so einfach. Ich bin eh. Ich hab keinen Nerv dafür. Oh, ich hab so Kopfschmerzen. Okay. Und ich muss noch einen ganzen Vlog zu Ende schneiden. Ich hab versucht, den so im Zug ein bisschen zu schneiden, aber ich bin noch lange nicht fertig. Ich hab ein wenig Angst, dass ich heute Abend wieder stundenlang wach bin, weil ich diesen Vlog versuche, fertig zu kriegen. Ich hab hier eigentlich eine Cutterin, aber es war zu kurzfristig, um den noch ihr zu schicken. Und ich will ihr das nicht antun, dass ich dann so, genau. Ich hab mir jetzt noch so einen Clip ins Haar getan. Keiner, ich glaub, der hält nicht lange. Der wird jetzt schon raus. Okay. Mein Outfit. Ist immer das Gleiche. Ist einfach nur eins. Brauchen Sie eine Maske? Nee, in Holland sind sie da nicht so. Ich freu mich. Ich hab keine Ahnung, was wir machen, aber auch mal gucken. Muss ich den Knopf drücken? Wo ist der Knopf? Ich hab den Knopf. Ich hab Angst, dass jemand kommt. Bitte komm, niemand. Das ist komisch. Ich bin alleine im Weichstuhl. Ich hab das richtig ernst. Hallo und guten Morgen. Ich hab mich grad fertig gemacht. Es ist 8.35 Uhr. Und ich muss irgendwo 5 Minuten runter zum Frühstück gehen. Ich bin irgendwie so ein bisschen nervös. Aber auf der anderen Seite hab ich auch einfach Angst. Scheiße. Okay, mein Mensch hat gesagt, in 5 Minuten treffe uns unten. Ich brauche alleine 5 Minuten zum Zähnepusten. Oh mein Gott. Bleib mal stehen, Kamera. Einmal in deinem Leben. Bitte. Okay. Ich hab nicht mal mit Zwei gepackt. Ah. 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 I think the blazer it is. Ah. Ah. Ich sag's dir gleich. Ich mach das mein Hand weg von. Ah. 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 Soll er unten rein. Ich wollte mir einmal eine Tafel noch einmal durchlesen, weil sehr sehr viele Informationen ich nicht alle merken kann. Und zwar wurde mir gerade erklärt, wie früher alles recycelt wurde und was halt die Probleme waren und was man verändern muss. Ich kann dazu noch mal mehr erzählen. Aber hier sind zum Beispiel die 14 wichtigsten Materialien. Also die machen 90% eigentlich aus. Okay, also das ist Daisy, von dem wir reden. So eine faszinierende Maschine. Okay, also bevor es alles weitergeht, ich habe extrem viel gelernt. Sehr, sehr viele Informationen. Ich habe sehr coole Gespräche geführt mit Mitarbeitern aus den Niederlanden, aber auch aus Texas zum Beispiel. Und weil das alles sehr viele Informationen sind, dachte ich, ich fasse sie immer für dich zusammen. Damit du auch ein bisschen über die Nachhaltigkeit von Apple lernen kannst. Und vor allem über diesen coolen Roboter, den ich gleich zeigen werde. Also Thema Nachhaltigkeit. Apple ist ein riesiges Unternehmen. Die haben 213 Zulieferer und verkaufen hunderte Millionen Produkte jedes Jahr. Und wie man sich denken kann, Apple ist noch nicht nachhaltig. Und sie haben einen riesigen Einfluss auf die Umwelt und sehr viel Verantwortung, weshalb sie etwas ändern müssen. Sie haben zwei große Ziele, nämlich einmal klimaneutraler zu werden und die Produkte zu 100% aus recycelten Materialien herzustellen. Zum ersten Ziel, dass sie klimaneutraler werden wollen. Sie versuchen das seit 2015 und bis jetzt sind sie bei 40%. Das Unternehmen an sich, also die Apple Stores, die Geschäftsreisen, die Büroräume, die Datenbänke, die Pendler und so weiter. Das ist alles schon klimaneutral. Allerdings die Produkte noch nicht. Und das ist, was die großen CO2-Emissionen ausmacht. Und die Produkteherstellung macht 70% der CO2-Emissionen aus. Es war sehr informativ und ich habe mit einem Mann aus Texas geredet. Denn diesen Daisy-Roboter gibt es einmal in Amsterdam, beziehungsweise in Brela in den Niederlanden. Und einmal in Austin, Texas. In der Nähe, wo ich letztens in Texas war. Und er ist ein Ingenieur und hat mit an dem Roboter gearbeitet und weiß super, super viel darüber. Und er hat mir halt erzählt, was für ein riesiges Team weltweit an diesem Nachhaltigkeitsaspekt arbeitet. Und ich fand es extrem faszinierend, weil ich habe es tatsächlich nie wahrgenommen. Das war das erste Ziel, aber darüber will ich gar nicht so genau reden. Denn es geht eigentlich um das zweite Ziel. Nämlich alle Produkte zu 100% aus recycelten Materialien oder aus erneuerbaren Rohstoffen oder Materialien herzustellen. Sie versuchen das seit 2017. Und der Goal liegt bei 100%. Aber sie sind momentan bei den jetzigen Produkten, wie zum Beispiel meinem iPhone 13 Pro. Da sind sie ungefähr bei 20%. Denn es gibt momentan einfach nicht genügend recycelte Materialien auf dem Markt. Und die, die es gibt, sind leider von sehr schlechter Qualität. Da das traditionelle Recycling momentan so ist, dass alles in einen Schredder kommt. Und dann wird zum Beispiel hochwertiges Aluminium von einem iPhone-Gehäuse mit Dosen Aluminium von einer Red Bull-Dose zusammengemischt. Und dann kann man das nicht mehr verwenden. Also es geht einfach alles verloren. Und genau dafür haben sie einen Roboter entwickelt. Erstmal hieß er Liam, dann hieß er Liam 2.0. Und jetzt, seit 2018, gibt es Daisy. Tatsächlich hat Alexi Beksi auch ein Video darüber gemacht. Ich kann auch noch ein paar Infovideos verlinken. Er hat das sehr, sehr spannend und cool erklärt. Deshalb schauen wir gerne mal vorbei. Also kommen wir nochmal kurz zu dem kleinen Erfolg. Ich weiß nicht, ob ich es gerade erwähnt habe. Aber zum Beispiel mein iPhone 13 Pro ist aus einigen recycelten Materialien. Und es ist zu 100% aus recyceltem Aluminium. Also das ganze Gehäuse. Und Zinn, Kobold und Gold sind auch recyceltem Materialien, die enthalten sind. Und was ich krass fand, ist, dass eine Tonne recycelte iPhones. Gleich 2000 Tonnen ausmachen, die nicht abgebaut werden müssen. Okay, jetzt kommen wir zu Daisy und wie Daisy funktioniert. Also diesen kleinen süßen Roboter, der war echt cool. Der hat mir zugewunken. Ich kann es mir auch mal einblenden. Das war so süß wie die so. Ja. Der Roboter vorher konnte es nicht, aber mittlerweile kann Daisy alle iPhones von iPhone 5 bis iPhone 12 Pro Max recyceln. Und im ersten Schritt, also es gibt drei große Schritte, wird das iPhone gescannt, damit der Computer bzw. der Roboter herausfindet, welches Produkt das ist. Welches Modell. Und sobald er es erkannt hat, wird das Display abgemacht, so auseinandergebrochen. Und dann kommt Teil 2, nämlich mein Lieblingspart. Da wird die Batterie an drei Stationen abgemacht. Und zwar einmal wird die bei minus 60 Grad verkühlt. Und dann wird die einfach drauf gehämmert auf den Bam Bam, wie die sie nennen. Das iPhone wird dann mit minus 70 Grad Celsius einfach normaler Luft besprüht, sodass die Batterie abfällt. Also die löst sich einfach vom Rest des Gehäuses. Und die kommt dann in so einen kleinen Container und dann ist die sozusagen schon recycelt. Und dann der dritte Schritt, es werden alle Schrauben gelockert. Und früher wurde es so gemacht, dass die Schrauben einfach rausgedreht wurden. Das hat aber relativ lange gedauert und es war nicht so effizient. Und jetzt wird es einfach wie so ein Locher rausgestanzt. Und ich fand das sehr lustig zu sehen. Und danach wird alles auf verschiedene Kisten aufgeteilt. Es gab sehr viele Kisten und die hat jeweils 300, 400 Kilo gewogen. Und es war krass zu sehen, wie perfekt es sortiert war. Also die einzelnen Kameras, die Akkus, die Displays, Gehäuse und so weiter. Man konnte sich alles so genau eingucken und es war nirgendwo irgendwie ein Fehler drin. Also was ich jetzt eigentlich damit sagen möchte und warum ich überhaupt bei Apple war, ist, dass ich dich vielleicht dazu inspirieren oder motivieren möchte, dass falls du ein altes iPhone rumliegen hast, dass du überlegst, es zu recyceln. Am besten bei diesem Apple-Roboter, also durch diese Trade-In-Funktion. Denn wie gesagt, die alten oder die anderen Recycling-Optionen sind immer noch sehr altmodisch. Es gibt ja auch die Trade-In-Funktion bei Apple und ein Mitarbeiter hat mir so einen Geheimtipp erzählt, den ich nicht wusste. Vielleicht wusstest du das, aber ich nicht. Und zwar, wenn das iPhone noch was wert ist, weil es nicht komplett kaputt ist und einem ein Betrag angezeigt wird, dann kann man das iPhone immer noch irgendwie auf Ebay oder sonst wo verkaufen. Denn Apple würde sonst das selber reparieren und verkaufen. Nur wenn da 0 Euro steht, dass du gar nichts zurückbekommen würdest bei dem Trade-In, dann recyceln die das auch wirklich. Also wenn du noch ein bisschen Geld verdienen willst, dann mach es lieber selber und sonst recycelst. Zum Beispiel, ich teste ja Produkte für Apple und ich habe ein Jahr lang nur das iPhone 12 Mini gehabt und dann habe ich es an Apple zurückgeschickt und sie haben es weiterverkauft. Es wurde in dem Fall nicht recycelt, denn sie versuchen, Produkte möglichst lange am Leben zu halten. All die ganzen Informationen, die ich geliefert habe, kannst du auch bei Apple nachlesen. Ich verlinke die alle mal. Wenn mehr iPhones recycelt werden, dann können mehr Daisies sozusagen gebaut werden und dann können generell mehr recycelte Materialien auch verkauft werden von Apple. Denn die brauchen nicht immer alles. Zum Beispiel brauchen die nicht das ganze Aluminium, die brauchen mehr von dem und dem. Und dann können andere Technikfirmen oder aus der Autoindustrie auch mehr recycelte Produkte herstellen. Was ein großer Schritt für alle wäre. Ja, das war mein Beitrag dazu. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat. Es war mal ein bisschen anders, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so viel Recherche zu betreiben und vor Ort zu sein. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.